Der Kampf Tyrannosaurus Rex gegen Spinosaurus aus Jurassic Park 3, also genau der Kampf hier, der spaltet die Fangemeinde des Jurassic Universums seit 2001. Seit der Film Jurassic Park 3 im Kino gekommen ist, gibt es Diskussionen darüber, ob die ganze Nummer cool war, ob man den T-Rex wirklich hätte töten müssen, wie realistisch das Ganze ist und ob der Spinosaurus jetzt eine coole Wahl als Ersatz für den T-Rex gewesen wäre oder eher weniger. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals im Kino gesessen habe und ich war geschockt, wie schnell das Ganze passiert, denn als ich den allerersten Trailer von Jurassic Park 3 gesehen habe, da war mir schon klar, okay, es wird auf jeden Fall einen Kampf zwischen Spinosaurus und T-Rex geben und in meinem Kopf hätte dieser Kampf im Film so ablaufen müssen, wie der Kampf gegen Darth Maul in Star Wars Episode 1. Das heißt, wir hätten einen langen Kampf bekommen, einen Kampf, der immer wieder weggecuttet wird und dann sehen wir kurz ein anderes Szenario von Dr. Alan Grant und Co. und dann gibt es wieder einen Cut zurück zu dem Kampf Spinosaurus gegen T-Rex. Ja, damals wollte ich sowas irgendwie sehen, heute muss ich sagen, das wäre sehr komisch rübergekommen, wenn das so ein langer Kampf gewesen wäre, aber trotz allem war ich als Kind wirklich perplex gewesen, wie schnell meine, meine Dino-Ikone, mein Tyrannosaurus Rex hier aus dem Spiel genommen wurde und ja, ganz zu Beginn von Jurassic Park 3 war ich dem Spinosaurus noch gar nicht so zugetan, wie ich es aktuell bin. Und ja, der Ausgang des Kampfes hat das zuerst noch nicht ganz geendet, denn wir haben wirklich gesehen, wie der T-Rex aufgetaucht ist und im Kampf gegen den Spinosaurus innerhalb von wenigen Sekunden, zack, das Genill gebrochen bekommen hat. Ich glaube, meine Reaktion damals im Kino ist einfach nur so gewesen. Interessanterweise haben wir jetzt ganz wichtige Informationen bekommen, für alle da draußen, die Jurassic Park 3 genauso lieben wie ich. Informationen, die uns einen alternativen Ausgang, beziehungsweise eine alternative Herangehensweise des Kampfes Spinosaurus gegen T-Rex beschreiben und ebenfalls auch gezeigt haben. Ja, in diesem Video hier werde ich euch offizielle Aufnahmen von, naja, sagen wir mal einem Konzept zeigen, das den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex auf ein anderes Level gebracht hätte. Ebenfalls sprechen wir auch darüber, warum diese Szene es so nicht in den Filmen geschafft hat. Ja, es gibt also erneut Deleted-Scenes-Talks hier auf dem Kanal zu Jurassic Park 3, zumindest erstmal eins wieder. Mal gucken, was da jetzt noch nach und nach so an die Öffentlichkeit gerät. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem Video rein. Viel Spaß! Ja, ich bin, ey, ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Denn ich habe mir diese Szene jetzt öfter angeschaut und ich werde sie euch auch gleich zeigen. Keine Sorge, ihr werdet gleich erfahren, warum ich hier so ein bisschen aufgeregt bin. Denn tatsächlich hätten wir beinahe einen wesentlich brutaleren Kampf zwischen Spinosaurus und T-Rex bekommen. Einen Kampf, der einfach vielleicht ein bisschen zu weit gegangen wäre. Obwohl, wenn wir drüber nachdenken, haben wir auch in Jurassic Park 1 bereits einen abgetrennten Arm von Hey Arnold gesehen. Und diese generelle Verharmlosung oder das ganze Runterschrauben von Gewalt kam ja auch eigentlich erst mit den Jurassic World Filmen. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass wir nochmal kurz Revue passieren lassen, wie die Szene im Film wirklich abgelaufen ist, um dann den perfekten Vergleich dazu zu haben, wie die Szene eigentlich hätte ablaufen sollen. Im Film haben wir nämlich gesehen, wie Dr. Alan Grant und Co. nach ihrem Flugzeugabsturz auf der Isla Sorna auf den Spinosaurus treffen. Und der verfolgt die Gruppe dann erst eine Weile, bis sie es dann schaffen, den Spinosaurus im dichten Dschungel abzuhängen. Denn der bleibt irgendwie zwischen zwei Bäumen hängen. Dummerweise geraten sie aber dann vom Regen in die Traufe und, naja, gelangen an scheinbar ein Nest eines T-Rex, den wir inzwischen als Bull-T-Rex kennen, der gerade am Fressen ist. Und Dr. Alan Grant macht eigentlich das einzig Richtige. Er sagt zu Amanda Kirby und Paul Kirby und dem ganzen Rest, don't move. Also nicht bewegen. Das heißt, ja, hier wäre die Szene eigentlich vorbei, hätten sie genau das gemacht, wäre vielleicht gar nicht mehr so viel passiert. Der T-Rex hätte möglicherweise noch versucht, sie durch Geruch ausfindig zu machen, aber im Endeffekt hätte er sie ja nicht sehen können. Es sei denn, er fängt einfach an zu brüllen, aus irgendeinem Grund und alle anderen rennen weg. Ja, Paul Kirby und der ganze Trupp hat quasi den Plan von Dr. Alan Grant so ein bisschen vereitelt und treibt den Tyrannosaurus Rex dann auf ihrer Flucht direkt in die Arme des Spinosaurus. Und wir bekommen den großen Clash der beiden Giganten. Mit diesem Kampf wollte uns der Regisseur Joe Johnson eines klar machen. Der T-Rex war zwei Filme lang das große Alpha. Jetzt tauschen wir den T-Rex als das große Alpha aus. Zuallererst wollte man hierfür einen Baryonyx nehmen, allerdings hat man dann kurz darauf ein Skelett eines Spinosaurus entdeckt, was bis dato mit eines der größten Skelette war, die man eben gefunden hat. Wie das Ganze eben so in Jurassic Park und auch Jurassic World schon immer ist, größer ist scheinbar automatisch besser. Also ersetzen wir den Baryonyx gegen den Spinosaurus. Und der Kampf beginnt und ich bleibe weiterhin dabei, obwohl der ultra kurz ist, haben wir hier mitunter vielleicht den coolsten Dinosaurierkampf, weil er sich einfach am echtesten, am realsten anfühlt. Und da kann man über dem Spinosaurus seine Genickbruchtechnik, kann man drüber diskutieren, denn die sorgt dann nämlich dafür, dass der T-Rex den Kampf relativ schnell verliert. Wir sehen, wie der Tyrannosaurus Rex noch einmal vor Dr. Alan Grant auf dem Boden aufschlägt und der Spinosaurus macht sich über sein erneustes Opfer her. Dann bekommen wir einen Cut und naja, die Szene ist mehr oder weniger vorbei. Das hätte ursprünglich gar nicht mal so aussehen sollen, denn tatsächlich hatte man einen ganz anderen Plan gehabt. Diese Aufnahmen, die ich euch jetzt hier gerade mal einblenden werde, zeigen nämlich, wie anhand von kleinen Modellen der Kampf Spinosaurus gegen Tyrannosaurus Rex bereits nachgestellt wurde, um einen ersten Einblick zu bekommen, wie das Ganze so vor der Kamera hätte aussehen können. Hierbei können wir zum einen sehen, dass der Spinosaurus noch ein ganz anderes Design hatte, mehr Krokodilsartig von der Schnauze her. Und nein, das hier ist nicht das Design des zuvor geplanten Baryonyx, das habe ich nämlich zuerst auch gedacht, aber hier wird wirklich ausdrücklich davon gesprochen, dass das hier der Kampf T-Rex gegen Spinosaurus sein soll. Wenn wir uns die Szene mal weiter angucken, dann sehen wir, dass hier das Ende des Kampfes nachsimuliert wird. Hier sollte nämlich ursprünglich Folgendes passieren. Der Spinosaurus hätte, genau wie auch im Film Jurassic Park 3, den T-Rex zu Boden geschmissen. Im Film, den wir gesehen haben allerdings, durch einen Genickbruch. Das hätte im Original so nicht sein sollen, der T-Rex wäre zwar zu Boden gegangen, hätte allerdings noch gelebt. Kurz darauf hätte dann der Spinosaurus den T-Rex am Genick gepackt, ihn aus der Kamera rausgehoben und wir hätten den Sturz des T-Rex vor Dr. Alan Grant gesehen, nur fehlt dem T-Rex jetzt hier einfach mal der halbe Hals. Und wer von euch sich jetzt denkt, die Szene kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, ihr habt recht. Tatsächlich gibt es Gerüchte da draußen, die irgendwie auch Sinn ergeben, dass Jurassic World diese Szene wieder mit aufgegriffen hat. Und warum sage ich, es macht Sinn? Weil bei aller Kritik, die ich auch an den Jurassic World Film habe, muss ich denen einfach immer eins zugute lassen. Sie verneigen sich immer vor Originalideen, vor gelöschten Skripten, vor den Büchern von Michael Crichton. Und auch hier bekommen wir diese eine Szene, in welcher der Indominus Rex den T-Rex zu Boden rammt und ihn gerade am Hals packen will, als dann aber Blue in den Kampf mit eingreift und Rex sie quasi das Leben rettet. Das hier scheint wirklich so eine kleine Verneigung vor dieser gelöschten Szene zu sein. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, wurde die Szene wirklich nur rausgenommen, weil die zu krass war? Könnte man irgendwie so sehen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Jurassic Park 3 uns später einfach ein abgenagtes Skelett von Ben Hildebrand gezeigt hat. Da kann man sich fragen, okay, wäre das dann wesentlich krasser als der Rest, den wir gesehen haben? Oder einfach einen halb am Leben gelassenen Judeski, der unsere Helden in eine Falle locken soll, bevor er danach den Todesstoß auch durch einen Genickbruch bekommt? Die Antwort hierauf ist natürlich, nein, die Szene war nicht zu brutal für den Film. In einem anderen Video haben wir uns auch schon mal über diese gelöschte Szene unterhalten. Hier können wir sehen, wie die Regisseure und die Produzenten des Films versucht haben, den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex auch mit animatronischen Figuren nachzustellen. Denn der ursprüngliche Plan ist gewesen, dass man den Kampf aus einem Gemisch zwischen CGI und Animatronics darstellt. Das heißt, Szenen, in welchen die Tiere von weiter weg gefilmt worden wären, wären alle CGI gewesen. Szenen allerdings, die näher an den Tier dran waren, die hätten eigentlich mit Animatronics stattfinden sollen. Und ihr könnt es jetzt hier gerade sehen, ich werde es euch hier mal einblenden, das sah nicht so gut aus. Der ganze Mix zwischen CGI und Animatronics hat dem ganzen Kampf so ein bisschen den Speed rausgenommen. Weil die CGI-Figuren sich hierbei wesentlich realistischer bewegen und ebenfalls auch sehr viel schneller bewegen, als dann die langsamen, eher behäbigen Puppen. Aufgrund dessen, dass man dann eben gemerkt hat, okay, der Einsatz von Animatronics in diesem Kampf, das macht keinen Sinn, das funktioniert so nicht, hat man dann ebenfalls auch die Szene umgeschrieben. Denn laut Aussagen von Joe Johnson selber, naja, hat man jetzt ja freie Wahl gehabt. Man war jetzt nicht mehr auf so ein simples Ende des Kampfes reduziert worden. Aus diesem Grund kam man dann auf die Idee, ey, wenn wir alles in CGI machen, lass das doch irgendwie mal cooler enden, lass doch den Spinosaurus einfach mal dem T-Rex das Genick brechen. Eine Szene, die definitiv ikonisch geworden ist und die man so nicht mit Animatronics hätte umsetzen können. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, wie ist eure Meinung dazu? Welche Szene findet ihr ikonischer? Ich bin ja immer noch der Meinung, so cool ich auch diese alternative Szene finde mit dem aufgerissenen Hals des T-Rex, was uns auch zeigt, dass der T-Rex wirklich von Anfang an schon sterben sollte. So sehr muss ich aber auch zugeben, dass die CGI-Variante mit dem Genickbruch, die wir bekommen haben, ist doch inzwischen Jurassic-Kult geworden. Bist du da meiner Meinung oder sagst du, ne, sehe ich ganz anders? Schreibt mir deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.